ajo was geht von der herzlich willkommen zu einer weiteren folge von let's play rage 2 so das letzte mal sind wir ja haben eine miese mission etwas sehr sehr mieses eliminiert und jetzt werden wir uns darum kümmern dass wir diese fehlgestalten alle auseinandernehmen ach du lieber himmel du liebesbisschen ach du scheiße weg wird die du unseren haben wir alle eliminiert ja gell haben wir alle eliminiert sehr schön wo ist hier links ach hier ja mit dem scheiß gibt man die brocken also schon sehr lecker sehr lecker sehr lecker sehr lecker kaum du auch noch saftig noch mehr ach hier geilo haben wir alles so sehr schön wo ist der rest er soll doch noch mehr drin sein wo haben wir den rest nicht entschied hier ist nischt es wird nehme ich mit nehme ich mit ach hier haben wir es wie kann ich das nicht sehen okay wir haben immer noch was aber was haben wir denn bin ich nun ganz gelähmt ich bin nur da mensch wo ist jetzt was ach da ich bin schon amageddon behindert sehr schön da haben wir das nächste die karre die sind im keller tragen laborkittel und alles ist supermäßig überwacht meine zähne tut schon weh wenn ich dran denke die sehnen dicken können wir jenes für uns spritzen lassen echt krasses teil was der labert irgendwas na gut da würde ich sagen wir gehen mal in die nächste hauptmission in der letzten folge haben wir mehr oder weniger nur nebenquests gelöst jetzt wird es darum gehen ein bisschen ein paar hauptquests zu lösen und die gut alte dame äh ich habe vergesst du die eis zu finden um mit der zu labern um dann im endeffekt mehr oder weniger mit äh von der die mütter zu ficken so sehr schön bin der los um heger ich bin gerade dabei okay herzlich willkommen in wheelspring servis endlich wheelspring neustfahrzeug ja geile sehen ob wir bürgermeisterin lusum hager zu fassen bekommen ok das kann ich auch fahren ja geile lusum lusum weiter ich bin ein bisschen range 1 hier das gebiet bin ich ehrlich so typen mit dem man labern kann ey ich suche die bürgermeisterin von wellspring du bist zur falschen zeit am richtigen ort bürgermeisterin heger und ihr personal sind nicht zu sprechen du musst warten du musst warten gar nicht warum ist etwas passiert nein so wird es auch bleiben keiner kommt rein oder raus die bürgermeisterin hat gerade größere probleme als dich also wie ich sagte was war das was laberst du alter töte die einringlinge mit vergnügen mit vergnügen wo sind diese kleinen ficker alter jack sehr schön naja ja jetzt geht's ab hier alter ab nach oben madame ich komme so die ganzen weapons nachladen sehr schön ich höre die schon beieindruckend kannst du auch eine kugel fangen lusum heger bürgermeisterin von wellspring früher spielte sie mit wing sticks heute zusätzlich auch mit pistolen sie ist entscheidend für projekt dagger ooo du bist keine von ihnen Prowley schickt mich. Prowley, wie? Prowley ist tot. Vineland wurde komplett ausgelöscht. Sie ist ein Hologra... ist schwer zu erklären. Ich bin Walker, der letzte Vineland-Ranger. Dann noch mehr Arschlöcher! Ranger, schalten wir diese Winkler auf, dann reden wir! Mit dem allerhöchsten Vergnügen. Kommt her, Mr. Stolten! Kommt her! Ja, Digga! So will ich das, Junge. Kraft! Du hast es rechts drauf. Das muss ich zugeben. Diese Trotte sind Geschichte. Von so einer winzigen Siedlung hätte ich das nicht erwartet. Können wir jetzt reden? Ja, reden wir. Redest du mir, was hier läuft? Derger sollte die Obrigkeit ein für allemal aufhalten. Aber als Vineland sich abkapselte, fiel der Plan in Sicht zusammen. Ich bin mehr als gewählt, das Projekt neu zu starten. Aber wie du siehst, gibt es dringendere Probleme. Das sehe ich. Wer sind diese Typen? Angeheuerter Abschaum. Die Goon Squad. Jämmerliche Banditen. Wer schickt sie? Nur ein Arschloch hat genug Eier, um so etwas abzuziehen. Kleck Clayton, der reichste Wichser der Stadt. Er schielt schon länger nach dem Bürgermeisterposten, aber in letzter Zeit legt er sich ins Zeug. Er besticht die Funktionäre der Stadt, um Militärgerät an sich zu lassen. Darunter zentrale Teile für Dagger. Dann töte ich ihn und hole die Ausrüstung zurück. So funktioniert das nicht. Wir müssen vorsichtig sein. Zuerst muss ich wissen, wer ihn unterstützt. Außerdem müssen wir herausfinden, wo er die Ausrüstung lagert. Hast du einen Plan? Sein Ego ist so groß wie ein Ecopod. Aber das können wir ausnutzen. Nimm dir die Wante, geh in kein Büro und bring sie an seinem Computer an. Die labert mir zu viel. Ich habe mal irgendwas... Irgendwas wertvolles noch, merke ich gerade. Aber wo? Aha. Sehr schön. Ah, okay. Noch was. Wenn ich wüsste, wo, Digga. Wo haben wir sonst da was? Wo, 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 wo? Da. Ist auch noch was? Okay, ich denke mal hier irgendwo. Da. Sehr schön, haben alle gefunden. Sehr schön. Ja, ein paar Informationen. Dann haben wir das sozusagen. Was haben wir hier? Sprich mit der... Was? Ödlands-Fotze. Ödlands-Fotze. Warum war das? Meine Dame hat mich gefreut. Ah, mit dem Türsteher. Der Sieger-Lagune, oder was? Ich bin bereit zur Lieferung. Gut. Lass mich sehen. Was ist das? Upgrade Bauplan für Wingstick. Ach so. Ach, das ist ein Bauplan. Na, nur... Na gut. Ist das der? Passern, schaubern. Jalla, was ist das? Wenn ich spiele in der Delta. Du kommst hier nicht rein. Bist nicht richtig genug. Lass mich ein. Ich bin ein Ranger. Ist mir vorzegal. Mir kommt nur rein, wer reich oder berühmt ist. Du bist nichts davon. Komm schon. Es muss doch möglich sein. Klar. Wenn du gewinnst, kommst du rein. Wie das geht? Gewinne im Mutant-Bash-TV und beim Chess-Car-Derby. Werde einen Schirm. Kinder spielt hier immer ein Prachtes wie dich, oder? Ist das alles? Jupp. Wenn du ein Schirm bist, gehst du hier ein und aus und triffst den Meister persönlich. Es gibt keinen anderen Weg. Nicht für dich. Richtiger Hurensohn. Was mach mit beim... Okay. Wo ist dieses scheiß Missionsding? Mach mal das. Bist du am Türsteher vorbeigekommen? Cyber-Druck. Ich muss ein paar Mutanten im Fernsehen plattmachen und ein Rennen gewinnen. Champion zu werden sollte kein Problem sein. Was ist das? Dann hoffen wir, dass du es drauf hast. Ein... Was... Augmentierung... Ich passe gerade die Sehstärke an für dieses... Okular-Inflantat. Das erfordert höchste Akribie. Wir sprechen hier über Nanometer. Der Unterschied für den Träger ist gewaltig. Du bist ein Arkist der zweiten Generation. So viel ist klar. Dein Potential ist unbegrenzt. Die meisten brauchen nur neue Gliedmärkte. Verlieren nicht... Ok, wie mache ich... Wie nutze ich das? Ich habe so viel von. Wie nutzen wir das? Was ist das? Was ist das? Grau-Sprung-Freischaltung. Was? Halte X nach einem Luft... Ok. De-Fibrillation. Und 20%... Schmetterung nehmen wir auch mit. Sehr schön. Waffen. So jetzt... So jetzt... Ich habe immer noch einen von Dingen. Scheiße, Digga. Na gut. Dann würde ich sagen... Dann würde ich sagen... Sechsmal einmal... Phönix... Wo ist unsere Karre? Machen wir ein paar Missionen, Jungs. Machen wir ein paar Missionen. Hier ist unser Phönixius. Wollte sagen... Wir machen ein paar... Nebenquests. Einfach, weil wir es können. Sehr schön. Chuck, komm. Ah, komm. Jawohl. Warum macht das Schaden? Check ich nicht. Da muss ich was verstehen, Alter. Ist ja eh so ein lustiges Spiel. Autsch. Komm hier links, Alter. So, weg hier, Junge. Ach, Mutanten-Nist. Störe die Mutanten-Pots. Das ist ja Mutanten-Pots. Ja, lass mich mal rein hier. Hey, Ranger, wir haben dieses Loch hier zugemacht, damit die Mutanten unten bleiben und hier nicht alles auslöschen. Doch, Ranger oder nicht, das ist reiner Selbstmacht. Aber, falls du dumm genug bist, in deinen sicheren Tod zu klettern, solltest du wissen, dass wir das Tod hier best verschließen. Und, wir werden es nicht hören, bis alle Schleizsäcke, Eier und der ganze Scheiß weg sind. Die Mutanten verteidigen ihre Brot mit allem, was sie haben. Sie werden versuchen, dich von ihren Eiern und dem ganzen Scheiß fernzuhalten. Aber, falls du es schaffst, all diesen Glibber zu besagten, werden sie das Interesse an dir verlieren und am Arzischen. Und dann, aber nur dann, lassen wir dich wieder raus. Lass mich durch, Junge. Ich zertriege dir diese Ficker. Ja, kommt her, Junge. Aber bitte, Huren sind uns zu mitnehmen. Dankeschön. Scheiße, Digga. Jack. Oh Gott. Ja, David. Weg mit dir, Junge. Zack, Junge. Alter, was zur Hölle. Kommt her, Junge. Ja. 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 Alter. 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 Der nächste Overdrive Danach Der nächste Overdrive, easy Effizienz Sehr gute Effizienz sogar Komm Der nächste Overdrive, oh mein Gott, diga, was denn was, Saka? Der nächste Alter, scheiße Fick dich Ja, scheiß Bastard, Alter Alter, wie viele, Junge Juch Holy Moly Macaroni Wo ist die letzte Kacke? Alter, das ist hier am dampfen, Alter Junge Ja, mit dem Scheiß Wo ist die letzte Wichse? Ich hab doch alles kaputt gemacht Jetzt, äh, das hier, okay Boah, Bruder, boah, das war schlimm, Alter, das war schlimm Jawohl, Stufe 3 beim Kanaken Alter, Juch Ja, was ich nicht checke Warum? Warum? Warum muss ich das immer so machen, verstehe ich nicht, egal Boah, diga, das war anders anstrengend Ich will nicht wissen, wie viele Mutanten, äh, Viecher wir gerade gefickt haben Will ich echt nicht nachziehen, Alter Digga, so viele Munitionen, die haben schon damit gerechnet, das wird ein Massaker des Jahrhunderts So, ja, ja, Muni Gut, dann haben wir es eigentlich auch geschafft Da würde ich sagen, ab geht jetzt zur nächsten Wo ist denn hier nochmal das Tor? Haben wir hier noch was? Ne, gibt's gar nichts Wo war denn hier nochmal das Tor, Alter Da Verpissen sich die Viecher, ähm, Missgeburt Ja, Muni Egal, ob sie haben wir mal gefickt Einfach nur Toni Aktiviere Systeme Ich stehe vor, dass wir auch rückwärts gegangen sind, das wäre zugegewiesen Jawohl So, ab zum Autsch Ab zum nächsten Dings Ich liebe diese Fragezeichen, die sind cool Das Spiel macht eigentlich schon voll Spaß, ich höre Es hat so ein Game, so einfach Hirn aus, Digga, und einfach alles ficken Ist auch so ein Spiel, wenn man wirklich Story haben will, Digga, sollte man echt Rage 2 nicht spielen, Alter Das ist so ein Spiel, Digga, das ist einfach Hirn aus, so ein Let's go, der Hase Das oder was? Achso, ne, das ist das hier So, was haben wir denn hier Schönes? Irgendwas zum Tanken Einen schönen guten Tag, meine Damen Moin, Moin Moin, Moin Servus Schönen guten Tag Hallöchen Moin, Moin, Moin Ich komme wegen den Pizzas Das muss ich schon machen Ach, diese Treibstoff, Digga Wo haben wir das? Wo haben wir das? Jack Haben wir schon mal zwei kaputt Wer schießt auf mich lang? Wer will hier Stress? Wer will hier Stress, Junge? Ich mache aus so Schacke, Peter, Alter Gucke da, Bruder, sehr schön Jetzt die Frage, wo ist die Wichse? Wollen wir noch mal ein bisschen mehr Treibstoff Zum Vernichten Zum Vernichten Ach Lauf Hallo, was geht? Ich komme wegen des Treibstoffs Schönen Judentag Moin, Moin Moin Jack Sehr schön, sehr, sehr schön Was haben wir als nächstes? Beziehungsweise, wo sind die Nächsten? Was haben wir als nächstes? Beziehungsweise, wo sind die Nächsten? Okay, das war ein Bug des Jahrhunderts Okay, wir haben aber noch Treibstoff Das wir vernichten müssen Jetzt ist die Frage, wo ist dieser Treibstoff? Ach, gucke da, wir haben hier ein paar Kistchen Ach, du lebst noch Ich dachte, die wäre tot Tauen wir das alles So, Treibstoff-Scheiße Jetzt müssen wir gucken Jetzt müssen wir gucken Hm Hm Was haben wir denn hier? Ist da da unten was? Na, das ist da Guck mal Hier ist Also, er spielt sich was ab Er spielt sich was ab Öffne ich die Tür Gibt es hier überhaupt eine Möglichkeit reinzukommen? Ich glaube nicht Ach, geil Haben wir da was Schönes? So So Ist hier noch irgendwas Brauchbares Ach, gucke da, hier kann ich rein Ach so, er sagt mir das doch gleich Ach so, er sagt mir das doch gleich Wer will Stress hier Komm Jawohl, gib mir ja ihr Leben Oh Gott Stirb 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 Ah, verstehe Ah, verstehe wie das gemeint ist So, alles eliminiert Gas passt perfekt Sehr schön haben wir's geschafft Ja, wir müssen hier ein bestimmtes Level erreichen, damit wir überhaupt, sag ich mal Äh, die Chance dazu bekommen Die Chance dazu bekommen Gegen den Endbus zu kämpfen, das wirkt schon nachgedorn Warte mal, hier war's Warte mal, hier war's Hier ist gar nichts mehr Hier ist noch weniger Von wo? Ey, du Huren und so, dann kannst du nur deine Fresse halten, Jalla Gauern, geh recken Gauern, geh recken Dankeschön Okay, hier ist was Stand nicht hier drin, oder? Ja, hier drin Hier haben wir's Perfekt Ort abgeschlossen Fantastische Erfunde 8 Ich glaube, wir bekommen was, wenn wir das da machen Sagen wir das geschafft, dann gehen wir mal In den nächsten Abteilen Ich muss sagen, wenn wir das so spielen, das macht schon irgendwie voll Spaß, Alter Aber mal so ein bisschen alles abklappern, ey, das Ist doch richtig so Guck hier so, Junge, ich fahr einfach so drüber Ziel erreicht Müsst du mir sehen, dass das da oben ist? Komm bald wieder, Walker Ich glaube, das ist da oben Kann gut sein, komm Ja, das ist da oben Ja, das ist da oben Warum laufe ich eigentlich? Ich hätte doch Dinge ins Fahren können Ach, egal, komm Ein bisschen laufen muss man auch Ein weiteres Signal von einem Ranger Anzug Okay, ein toter Ranger Mein Lieber, wir kommen, um dich zu retten Oder mit deinen Sachen zu nehmen Rangir Was sind sie? Was machen sie? Ach, Lark ist zugeöffnet Aber man kann die auch aufschlagen, ich meine Warte, hier war noch was Was ist hier noch? Ach, hier Sehr schön, sehr schön, sehr schön Hier ist das nächste Warte Haben wir alles gefunden Jetzt müssen wir nur herausfinden, wo ist der nächste Ranger Oder wo ist der tote Ranger, wie gesagt Hier kann ich nicht hoch Ist das eigentlich so? Ah, geht nicht, schade Einen Ranger müssen wir nur noch finden Ach Uh Finden den gefallenen Ranger haben wir auch geschafft Ach, das ist schön, das ist schön Sehr schön Letzte Lok von Ranger Rickman Ich bürde noch immer ziemlich stark Zu stark als das Ja, das war sozusagen sein letzter Wie sagt man das? Sein letzter Dingens Ist das? Es zählt Automatische Zähregeneration Achso, ich kann Gegner von hinten sehen Overdrive Steigert gesundheitlich 10% Achso Na gut Waffentechnisch Sag mal, wie schön das Wir haben jetzt 2 Nachladegeschwindigkeit ist viel höher Waffen wir das Waffen wir das Merke ich jetzt irgendwie gar nichts, naja gut Ist wahrscheinlich ein Doshita So, wo ist meine Karre Das ist ein gut, das ist eine gute Taktik, Alter Wenn wir da mal hier in dem Gebiet gerade alles gemacht, dann würde ich sagen Wir gehen mal in die erste nächste Hauptmission Wir müssen uns ja einen Namen machen, sozusagen Wir müssen uns ja einen Namen machen, sozusagen Diesen einen Kelleck Damit das funktioniert Wir müssen uns da hin Wir müssen uns da hin Irg mich nicht, Junge Damit die Scheiße funktioniert, müssen wir da hin Wir müssen uns da hin Alter, Juch Mal schnell weg hier Ah, der schöne lange Tobe hat mir gefehlt Wir sind auf dem Vollmarsch dorthin, Alter Jetzt wieder so ein Verdien von der Schlupf Ich will manchmal später drum Ich will manchmal später drum Ich will manchmal später drum Ach Scheiße, Digga Ach Scheiße, Digga Was ist das diese? Gleich werden ein paar Mutantenschädel zerträmmert Geil Na, gucken wir Oh Oh, meine Freunde, seht her Was für ein Schlingel die Stadt heute Abend für uns ausspurkt Dich, ja dich, Liebling, willst du dich uns anschließen? Willst du? Hat es dich etwa vor den dunklen Gassen der Stadt in dieses... Beudor Der Lust verschlagen, um bei unseren Spielchen mitzumachen? Der Hunger glänzt in deinen Augen Sag Sag, Testemonia Sag mir Ist es der Hunger nach den Verlockungen des... Fleisches, die ich dir darbiete? Hm? Der Durst vielleicht nach dem Rötesten Oh ja Allerweine Hahaha Oder vielleicht Der unstillbare Durst des wahren Kenners Die Lust am Töten Hahaha Da hast du es Das Versprechen von Größe Erlaube uns deine Mordlust zu stillen, Liebchen Und Unterzeichne hier Auf der Linie Und jetzt, du junges Blut Beginnt deine Reise zum Weltruf Töte! Töte für Testemonia Hahaha 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 Alter, was der komische Töte für Testemonia mit den größten Vergnügen auf jeden Fall Ich hab da sowas drauf Diese ganzen Mies Viecher, Miesel Misstratten, Alter Alle los einander zu wechsel Jetzt zeig ich dir was ich kann, Alter Mache Platz Mit Teterena von Muttern und Überlebenden Stopp der Muttern hier schnell und Bekommst du Also der Herausforderung Ah, sehr schön, Alter Das wird dann sozusagen auch so ne Art So, kommt her, Alter So, kommt her, Alter Höhe Das ist Noch ist es mir zu einfach Noch ist es mir zu easy Hier kommen die Flagenraten Summer. Welch brennende Leidenschaft. Komm hoch. Liebling. Für dich ist das Spiel gleich auf. Sehr schön. Sehr schön. Eine Eins von Vier war doch zu easy, Alter. Zu easy peasy für den King. Was zur Hölle? Keine neue Welle, schleiniger Kreaturen im Anmarsch. Komm hoch, Liebling. Tschack. So weg, Junge. Oh nicht, der Vorrat fällt noch lange nicht. Sehr schön. Die Spannung steigt. Lass die Wahrscheinlichkeit zu nahe ankommen. Autsch. Komm, jawoll. Komm. Sehr schön. Nein, auf. Unsinn. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Alter. Digger. Mach kein Scheiß hier. Wo spielt sich original wie so'n Doom. Sehr schön. Ball, Ballsaal, Alter. Ab in die nächste Kategorie, Junge. Die Arena der Finsternis. Sag mal hier. Ach, Gesundheit, geil. Bisschen Moon. Gartenparty des Todes. Gartenparty des Todes. Weg, bitte, Junge. Alter. Jetzt versägen ja alles hier. Tschack. Tschack. Geil, oh, geil, Alter. Geil, oh, geil, Alter. Weg mit dir. Komm, weißt du, was hier, Alter. Ich glaube, wo es die größte Verschwendung ist, aber. Egal, dass sich unser Leben auflädt, passt das schon. Kopftreffer hier auf Entspannt. Alter. Alter. Komm, tschack. Tschack. Wer will noch Stress? Wer will Stress, Junge? Keine Chance gegen den Boss hier. Warte, weg. Tschack. 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 Sehr, sehr schön. Wo ist der Nächste, was Stress macht? Do, weg. Komm, verpiss dich, du Gorillaz. Gorillianonius. Okay, ist gar nichts mehr. Ja, meine. Ist ja noch was ja leckereschen. Schallsaftisch. Komm, jetzt Endboss. Was ist jetzt, jetzt Endboss, oder? Alter. Weg, Junge. Der elendige Fickfehler, Alter. Komm her, du Hurensohn. Was ist das? Ah, es ist Hardcore-Rot. Alter. Eine heiße Vorstellung. Bruder. Ganz, ganz kritisch. Darauf habe ich gewartet, Alter. Auf den Endboss. Kümmere dich um deine Verbreitung, Walker. Schöner Leben. Ja, damit. Alter. Jawoll. Boah, das war geil. 1.500. Ey, was war's? Das war brachial, Junge. Das war brachial. Ich schwör volles. Komm. Ach, sehr schön. Eggs. Ja, gut. Ja. Und war's? Ja. Ne? So geht's mit dem Töten. Also, los. Nun, soviel dazu. Das macht mir gar nichts aus. Hauptsache es läuft wie geplant. Du wirst es nicht bereuen. Na gut. Ah, das jugendliche Gebaren. Du bist nicht schlimm. Nicht wahr. In Stimmung noch mehr zu töten. Nur zu. Okay, wir können wieder rein, wenn wir wollen, aber hab ich keine Lust mehr. Das war auf jeden Fall, sag ich mal, genug fürs Erste. Ja, mal den Phönix-Kollegen, mal aufladen. Aber wir kommen, glaub ich, wieder später kommen und da später ein bisschen rasieren. Aber das machen wir dann alle, beziehungsweise es geht dann weiter in der nächsten Folge, weil wir sind schon wieder bei 50 Minuten. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Like und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, unter dem nächsten Mal noch ein Wort, Freunde. Peace out. Peace out. Peace out.